Kapitel 9 Das Standbild Nebukadnezars In diesem Kapitel wird gezeigt, dass das Buch Daniel an keiner Stelle das römische Reich erwähnt. Die Deutung der beiden eisernen Beine des Standbildes Nebukadnezars auf das römische Reich ist reine Interpretation des Bibeltextes, aber keine Auslegung. Daniel schreibt nicht von zwei Beinen, sondern von vier Schenkeln. Die vier Schenkel sind die vier Diadochenkönige, die auf Alexander den Großen folgen. Die Zehen des Standbildes symbolisieren die Dekapolis bzw. deren endzeitliche Neuauflage. Bestäftigen wir uns nun mit der Prophetie Daniels. Zunächst scheint es so, als ob das Buch Daniel nichts mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun hätte. Später aber wird noch deutlich werden, dass beide Linien zusammenlaufen. Insbesondere werden hier der erste und der zweite Thessalonischer Brief von Interesse sein, denn erstaunlicherweise wird Paulus dort beide Themenkreise zusammenführen. Zum Buch Daniel sind sehr viele Auslegungen angefertigt worden. Daher gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich über Aufbau, Struktur, historischen Hintergrund und Inhalt des Buches anderweitig Informationen zu beschaffen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, ohne große Umschweife zum Kern des Themas zu kommen. So gut wie alle Ausleger deuten die beiden eisernen Beine des Standbildes, das Nebukadnezar im Traum sieht, auf Ost- und Westrom. Aber das ist falsch und widerspricht dem Bibeltext, denn das Römische Reich wird in Daniel nirgends erwähnt. Das Buch Daniel bietet keinen einzigen textbezogenen Grund, die beiden Beine des Standbildes auf das Römische Reich zu deuten. Diese Art der Auslegung beruht, so erstaunlich es klingt, auf Interpretation, Überlieferung und zum Teil auf falschen Annahmen. Dennoch deutet die gesamte, zumindest dem Verfasser bekannte, christliche und jüdische Literatur die beiden Beine des Standbildes auf Rom. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt in ihren Erklärungen zum Buch Daniel folgendes. Das vierte Königreich ist Rom. So hat Jesus gedeutet, so deutete der Jude Josefus, so deutete die ganze Kirche bis zum Beginn der Neuzeit, auch Luther und Calvin. Dies allein entspricht auch dem tatsächlichen Geschichtsverlauf. Rom stimmt mit Daniel 2, Vers 40 bis 43 am besten zusammen. Zu Roms militärischer Entschlossenheit und Unbeugsamkeit passen Eisen und Härte vorzüglich. Die allmähliche unaufhaltsame Ausbreitung, das Knicken jeden Widerstandes, beschreibt Vers 40 ausgezeichnet. Nicht weniger gut passen Vers 41 bis 43 auf die Nachfolgestaaten des römischen Weltreiches. Sie sind zahlreich und vielfältig wie die Zehen des Bildes. Sie haben die wechselvolle und in der Machtentfaltung schwankende Geschichte, die hier beschrieben wird. Sie sind trotz aller Freundschaft geprägt von der gemeinsamen Herkunft und Verwandtschaft, von gemeinsamer Kultur und Rechtstradition. Sie koalieren und fallen auseinander. Ja, sie sind Ergebnis einer Völkermischung und doch keine kulturell oder politisch dauerhafte Einheit. Man denke an Italien, Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Portugal, Holland, Rumänien, später die Vereinigten Staaten und, als Nachfolger Ostroms, Russland. Bis heute beherrscht diese politisch auf Rom zurückgehende europäisch-nordatlantische Staatenwelt die Geschichte und Zivilisation der Erde. Das ist die übliche und am weitesten verbreitete Deutungsart Daniels. Sie soll am Ende des vorliegenden Buchs nochmals gesondert kommentiert werden. Die vorliegende Auslegung hingegen weicht bewusst hiervon ab und deutet die eisernen Schenkel auf die Diadochenkönige sowie die Zehen des Standbildes auf die Dekapolis. Außerdem liefert sie eine Erklärung für die beiden Füße des Standbildes, die in der bisherigen Deutung nicht berücksichtigt wurden, und sie stellt einen bislang unbekannten Bezug zur Offenbarung her. Sie orientiert sich also nicht an der allgemein üblichen historischen Abfolge der Weltreiche von Babylon bis Rom und damit an Überlieferungen, sondern am Bibeltext selbst sowie lediglich ergänzend nach aktuellen theologischen Erkenntnissen sowie wissenschaftlichen, archäologischen und historischen Ergänzungen, soweit dies zum Verständnis hilfreich ist. Die hier vertretene Sicht wurde bewusst einfach formuliert, damit der Leser die Ergebnisse im Buch Daniel selbst nachvollziehen kann. Der Einfluss dieser Art der Auslegung des Standbildes im Propheten Daniel auf die Auslegung auch anderer zentraler prophetischer Texte der Bibel ist weitreichend. Kapitel 9.1 Thesen 1. Im Buch Daniel wird das römische Reich nirgends erwähnt. 2. Die beiden Beine des Standbildes sind eigentlich vier Schenkel. 3. Die vier eisernen Schenkel des Standbildes in Daniel 2 symbolisieren nicht das römische Reich, also Ost- und Westrom, sondern die historischen Diadochen, Seleukus, Ptolemäus, Cassander und Lysimachus. 4. Die Zehnzehen des Standbildes symbolisieren das Wiedererstehen der historischen Dekapolis in der Endzeit. 5. Die beiden Füße des Standbildes erfüllen sich durch die Wiederholung von zwei der vier historischen Diadochenreiche, nämlich den Seleukiden und den Ptolemäern in der Endzeit. 6. Daniel führt seine Prophetie von Babylon über Medopersien zu Alexander dem Großen und den Diadochenkönigen. Von dort springt er, ohne Rom auch nur zu erwähnen, zu einer endzeitlichen politischen Struktur, die der historischen der Seleukiden und Ptolemäer stark ähnelt. Diese Thesen werden im Folgenden argumentiert und teilweise erweitert. Kapitel 9.2 Das Standbild Zu Beginn soll der Bibeltext selbst stehen. Wir werden gleich noch sehen, dass viele Auslegungen und Ausleger den Text der Bibel verlassen und sich bei der Auslegung auf außerbiblische Quellen stützen. Aber dies verfälscht die biblische Botschaft und führt zu falschen Ergebnissen. Die vorliegende Arbeit will aber zum Text der Bibel zurückführen. Deshalb sei der Text hier abgedruckt. Ihn gilt es zu beachten. Daniel 2 Vers 1 folgende Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen, Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach, Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, So kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemanden, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen. Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte seinen Gefährten, Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, und ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, Ich habe einen Mann gefunden, unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belchaza nannten, Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Vielleicht hier eine kurze Anmerkung, Daniel war da ein junger Mann von vielleicht 16 oder 18 Jahren, und deswegen ist der König hier auch sehr erstaunt. Daniel fing an vor dem König und sprach, Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, Der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kundwürde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt mit Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, ist Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein, ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man solle ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Land Babel, Schadrach, Meshach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Kapitel 9.3 Das Standbild Feld So wie hier abgebildet, wird im Allgemeinen das Standbild Nebukadnezars erklärt. Das goldene Haupt steht symbolisch für Babylon. Die silberne Brust und die beiden Arme symbolisieren das Doppelreich Medopersien. Der Bauch und die Seiten aus Bronze stehen angeblich für Griechenland. Die zwei Beine sollen Ost- und Westrum symbolisieren. Die 10 Zehen sollen moderne, europäische Staaten darstellen, die in unserer Zeit angeblich wieder auftreten oder bereits aufgetreten sind. Aber die Deutung der Zehen auf Europa ist problematisch, denn die Zahl der Mitgliedstaaten der EU ist mittlerweile auf 27 angestiegen, was diese Art der Auslegung zunehmend als unhaltbar deklassiert. Manche, die dennoch unbeirrbar an der traditionellen Auslegung festhalten, erwarten ein Auseinanderbrechen der EU, sodass doch noch ein Bund aus 10 Staaten entstehen könnte. Andere entwickeln neue Theorien, weil sie sich der sich ständig wandelnden Weltgeschichte immer aufs Neue anpassen müssen. Sie vermuten die 10 Zehen zum Beispiel in 10 Staatenblöcken, die eine Weltregierung bilden sollen. Dabei werden die EU, die OPEC, die Contadora-Staaten, zentralafrikanische Staaten, die UNO und so weiter bemüht und so verliert man sich immer tiefer in Vermutungen und Spekulationen, während man sich vom Bibeltext mehr und mehr entfernt. Die immer aufs Neue angepassten und korrigierten Interpretationen ermüden und verunsichern die Zuhörer und machen sie unempfänglich für echte biblische Botschaft. Es erinnert ein wenig an die Fabel, in der einige Schafe einer Herde aus Übermut immer wieder riefen, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Anfangs erschreckte sich die Herde, bis sie sich schließlich an den dummen Scherz gewöhnte und ihn nicht mehr ernst nahm. Als der Wolf dann tatsächlich kam, hörte keines der Schafe mehr auf die Warnung. Kapitel 9.3.1 Rom Aber zurück zum Standbild. Die bisherige allgemein anerkannte Reihenfolge der Weltreiche in Daniel ist diese. Der Kopf ist Babylon, Brust und Arme sind Medo-Persien, der Bauch und die Seiten sind Griechenland, die zwei Beine sind Ost- und Westrom und die zehn Zehen sind das heutige Europa. Bei dieser Art der Deutung zweier eiserner Beine auf das Römische Reich ergeben sich neben dem bereits genannten ein weiteres Problem, denn ausnahmslos alle im Standbild erwähnten Weltreiche lagen im Nahen Osten. Das Römische Reich aber lag 2500 Kilometer westlich. Schauen wir uns das im Detail an. Der Schwerpunkt des Babylonischen Weltreichs lag im Vorderen Orient. Gleiches gilt für Medo-Persien. Das Reich Alexanders des Großen lag ebenfalls im Vorderen Orient. Aber das Römische Weltreich lag in Europa, 2500 Kilometer westlich. Wenn die beiden eisernen Beine des Standbildes auf das Römische Reich gedeutet werden, werden in dieser Art der Auslegung die Beine gleichsam 2500 Kilometer nach Westen verschoben, während Kopf und Rumpf im Vorderen Orient verortet sind. Aber dann kann das Standbild nicht stehen. Es fällt um. Die beiden Beine müssen also in den Vorderen Orient zurückgeschoben werden. Natürlich ist das ein schlichtes Bild für einen komplizierten Sachverhalt, aber es veranschaulicht sehr gut das, was in den gängigen Deutungen falsch gemacht wird. Es ist also gar nicht so sicher, dass die beiden Beine für Rom stehen. Wir werden gleich noch weitere Gründe hierfür finden. Unsere Liste der Weltreiche sieht nun so aus. Der Kopf ist Babylon, Brust und Arme sind Medo-Persien, Bauch und Seiten sind Griechenland, die zwei Beine sind noch fraglich und die Zehnzehen sind angeblich das moderne Europa. Kapitel 9.3.2 Griechenland Die allermeisten Ausleger deuten Bauch und Seiten aus Bronze auf Griechenland. Das stimmt aber so nicht ganz. Genau gesagt ist es das Reich Alexanders des Großen. Er wird in Daniel 8 Vers 21 als der König von Griechenland bezeichnet. Aber sein Reich war sehr viel größer als das Staatsgebiet Griechenlands, denn der griechische König Alexander der Große hatte ein Reich erobert, das bis an den Indus reichte. Wahrscheinlich ist es sprachlicher Ungenauigkeit anzulasten, wenn hier verkürzend und damit verfälschend lediglich von Griechenland gesprochen wird. Tatsächlich handelt es sich laut Bibeltext um das Reich des Königs von Griechenland. Deshalb müssen wir unsere Liste erneut ändern. Der Kopf ist Babylon, Brust und Arme sind Medo-Persien, Bauch und Seiten sind Alexander der Große, die zwei Beine sind noch fraglich und die 10 Zehen sind das moderne Europa. Kapitel 9.3.3 Europa Oben haben wir festgestellt, dass die beiden Beine nicht Ost- und Westrom sein können. Wenn aber die beiden Beine nicht für Rom stehen, dann können die 10 Zehen auch nicht Europa symbolisieren. Und das wiederum führt dann zu folgender erneut abgeänderter Liste. Der Kopf ist Babylon, Brust und Arme sind Medo-Persien, Bauch und Seiten sind Alexander der Große, die zwei Beine sind fraglich und die 10 Zehen sind auch fraglich. Wir sehen also, dass bei näherer Betrachtung die uns bekannte Liste der Weltreiche ziemlich gelitten hat. Außer Babylon und Medo-Persien konnte keine Position aufrechterhalten bleiben. Die Bedeutung von Bauch, Beinen, Füßen und Zehen werden also noch zu erarbeiten sein. Kapitel 9.4 Rom wird nicht erwähnt Oben haben wir in aller Kürze anhand des Standbildes dargestellt, dass die beiden Beine nicht Rom sein können, weil das Standbild sonst umfällt. Natürlich ist das nur ein Bild und manchen wird diese Art der Begründung nicht ausreichen. Aber es gibt weitere, sehr starke Gründe für diese Sicht. Denn trotz der weit verbreiteten Interpretation von zwei eisernen Beinen auf das Römische Reich bleibt eines ganz klar zu konstatieren. Im ganzen Buch Daniel wird das Römische Reich nicht ein einziges Mal erwähnt. Auslegungen, die die Beine auf das Römische Reich deuten, können sich auf keine einzige Stelle im Text des Propheten Daniel berufen. Das ist zunächst einmal der rein textliche Befund, der später noch genauer nachgewiesen werden wird. Rom wird im Propheten Daniel nicht nur nicht genannt, sondern nicht einmal umschrieben. Dieser Tatbestand ist nun durchaus im Stande, der bisher üblichen Deutung des Standbildes jeglichen Boden zu entziehen. Manche Ausleger begründen ihre Sicht mit dem Hinweis, dass Rom schon im ersten Jahrhundert nach Christus allgemein für die Bedeutung der beiden Beine akzeptiert war. Diese Begründung stützt sich damit aber auf die jüdische und urchristliche Überlieferung und damit auf eine außerbiblische Quelle, frei nach dem Motto das wurde immer schon so gemacht. Die Auslegung der beiden Beine auf Rom hat also lange Tradition und in Ermangelung einer besseren Lösung wird sie bis heute allgemein repetiert. Der Hinweis auf die Auslegungstradition zeigt deutlich, dass den Auslegern offensichtlich keine andere Quelle zur Verfügung steht, insbesondere keine aus dem Propheten Daniel. Andernfalls würden sie die doch sicherlich benennen können. Aber warum hält sich diese Art der Deutung im Christentum und im Judentum so hartnäckig? Einer der Gründe ist der, dass nach allgemeiner Auffassung auf Alexander den Großen das römische Weltreich folgte. Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber dennoch stark vereinfacht und gilt ganz besonders nicht für die danielische Prophetie. Denn nach Alexander dem Großen folgte erst einmal die Herrschaftsperiode seiner vier Generäle, der Diadochenkönige. Deren Herrschaft begann ungefähr um das Jahr 322 v. Chr. mit dem Ptolemäern und endete 64-63 v. Chr. Die Reste des Seleukidenreichs in Syrien wurden zur römischen Provinz bzw. 30 v. Chr. Ägypten wurde auch römische Provinz. Daniel beendet aber seine Prophetie zeitlich schon im Jahr 168 v. Chr. mit dem Tag von Elohesus. Das muss jetzt allerdings exakt argumentiert werden und dazu zählen wir im folgenden Kapitel diejenigen Weltreiche auf, die tatsächlich im Propheten Daniel erwähnt werden. Kapitel 9.5 Welche Reiche erwähnt Daniel? Für das Verständnis des Propheten Daniel ist es zunächst wichtig festzustellen, welche Weltreiche oder welche Herrscher dort überhaupt Erwähnung finden. Auch hierzu erstellen wir eine Liste. Namentlich erwähnt werden Babylon, Medien, Persien, Medo-Persien und der König von Griechenland, also Alexander der Große. Außerdem werden, allerdings in untergeordneter Bedeutung und nicht in Zusammenhang mit dem Standbild, folgende Reiche wörtlich erwähnt. Kittim, das ist Zypern, Edom, Moab und Ammon, Ägypten, Libyen und Kusch, also Äthiopien. Inhaltlich werden erwähnt die Diadochen, speziell diese Leukiden und die Ptolemäer, allerdings nicht namentlich, aber in größter Detailliertheit und Genauigkeit in Daniel 11 und 12. Außerdem werden in Daniel 11, Vers 18 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus und in Daniel 11, Vers 30 Gaius Popilius Laenas erwähnt, zwei römische Konsulen, allerdings nur indirekt und ohne namentliche Nennung. Manche Ausleger führen diese beiden Verse an, um ihre Deutung der beiden Beine auf Rom zu begründen. Allerdings handelt es sich hier lediglich um Feldherren bzw. hohe Regierungsmitglieder Roms, die allerdings auch nur insoweit Erwähnung finden, wie sie Einfluss auf die Geschicke der Diadochen, nämlich hier der Seleukiden, haben und mehr nicht. Andere Weltreiche werden in Daniel nicht erwähnt. Wenn aber das römische Reich weder erwähnt noch umschrieben wird, warum legen dennoch fast alle die beiden Beine des Standbildes auf Rom aus? Der Grund hierfür liegt darin, dass die Ausleger das Zeitalter der Diadochen überspringen und gleich zum römischen Reich übergehen. Sie verlassen damit aber den Bibeltext, verkürzen die Geschichte um das Zeitalter der Diadochen und folgen stattdessen der Sicht der Historiker und der Tradition. Es drängt sich der Eindruck auf, als ob man eigentlich ganz froh ist, dass die beiden Beine offensichtlich so leicht auf Ost- und Westrom zu deuten sind. Der Text im Propheten Daniel, und darum geht es uns ja in erster Linie, konzentriert sich aber auf eine ganz andere Epoche. Er führt seine Prophetie nicht nach Rom, sondern zu den Diadochen und schließlich zu den Seleukiden, beziehungsweise genauer zu Antiochus dem 4. Epiphanes in Kapitel 11. Dort endet Daniel. Er führt seine prophetische Sicht nicht weiter bis ins römische Reich. Er erwähnt Rom nicht einmal mehr. Sogar die seleukidischen Nachfolger von Antiochus dem 4. Epiphanes lässt Daniel aus. Laut Daniel ist die Abfolge der Weltreiche jetzt wie folgt. Der Kopf ist Babylon, die Brust und die Arme sind Medopersien, Bauch und Seiten sind Alexander der Große, die zwei Beine sind die Diadochen, nämlich die Seleukiden und die Ptolemäer, und die Zehnzehen sind noch fraglich. Wir sehen später, dass es sich bei genauer Betrachtung gar nicht um zwei Beine, sondern um vier Schenkel handelt. Aber dazu später mehr. Natürlich handeln die Evangelien und große Teile des Neuen Testaments zur Zeit des römischen Reichs. Daniel selbst erwähnt dieses römische Reich aber dennoch nicht, obwohl Rom bereits zur Zeit von Antiochus dem 3. im Jahr 188 v. Christus stark genug war, ihn weitgehend zu entwaffnen und zu hohen Reparationszahlungen zu verpflichten. Es gäbe also durchaus Gründe für Daniel, Rom als politische Großmacht zu erwähnen, aber er zeigt durch die hartnäckige Auslassung Roms deutlich, dass seine Sicht nicht auf das römische Reich fokussiert, sondern auf die Diadochenkönige und deren Dynastien, die in aller epischer Breite in Daniel 11 aufgezählt und in größter Detailtreue vorhergesagt werden. Daniel 8 beispielsweise belegt das sehr deutlich, denn dieses Kapitel zeichnet eine durchgängige Linie von Alexander dem Großen über die Diadochen und die Seleukiden bis zum kleinen Horn, dem Antichristen, also bis in die Endzeit, ohne Rom auch nur zu streifen. Daniel 8, Vers 1 und folgende Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsatza erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai und ich hob meine Augen auf und sah und siehe ein Widder also Medo-Persien stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner. Eins steht für Medien, eins für Persien. Doch eins, Persien, höher als das andere, Medien und das Höhere, also Persien, war später hervorgewachsen. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock, das ist der König von Griechenland, so steht in Vers 21, vom Westen her über die ganze Erde ohne den Boden zu berühren und der Bock, also der König von Griechenland, hatte ein ansehnliches Horn, das ist Alexander der Große, zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, dass er nah an den Widder herankam und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand konnte den Widder von seiner Gewalt erretten. Und der Ziegenbock wurde sehr groß und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, Alexander der Große, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner, das sind die vier Generäle Alexanders, die als seine Nachfolger nach seinem Tod aus seinem Reich die Diodochenreiche gründeten. Es wuchsen also an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen, aus dem Horn der Seleukiden, wuchs ein kleines Horn, der Antichrist. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Ägypten, nach Osten, bis an den Indus und nach dem herrlichen Land, nach Israel hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres, also Christus, und nahm ihm das tägliche Opfer weg, nämlich bei der Eroberung Jerusalems, und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums, Jerusalem, der Tempel. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Dieses Gesicht ist sehr wichtig, um die vorliegende Argumentation weiter zu belegen und zu bekräftigen, nämlich dass Daniel von einem Ziegenbock, der gegen einen Witter ankämpft, weissagt. Der Ziegenbock, so sagt der Text in Vers 21, ist der König von Griechenland. Das große Horn ist der erste König, Alexander der Große, Denn das große Horn des Ziegenbocks, Alexander, zerbricht, und stattdessen wachsen vier kleinere Hörner, nämlich die Diadochen. Aus einem der vier Hörner, nämlich aus dem der Seleukiden, wächst dann das kleine Horn, das am Ende der Zeit aufkommt und dem gelingen wird, was es will, denn es wird Ägypten erobern. Es wird das tägliche Opfer wegnehmen und Gottes Heiligtum, in Klammern Jerusalem, verwüsten. Die Weissagung in Daniel 8 geht also tatsächlich lückenlos von Alexander dem Großen über die Diadochen bis zu dem kleinen Horn in Daniel 8, Vers 25 und bis zur Wiederkunft Jesu. Rom wird hier, wie schon gesagt, überhaupt nicht erwähnt und eben das gilt es bei der Auslegung Daniels unbedingt zu beachten. Daniel zeigt in Kapitel 8 also geradezu auffällig deutlich, dass auf Alexander den Großen die Diadochen folgen, und nicht das Römische Reich. Eine Vorerfüllung der Prophetie von Daniel 8 geschah durch den historischen Antiochus den 4. Epiphanes. Die vollständige Erfüllung dieses Gesichts aber war lange verborgen und es war von Daniel aus gesehen auch noch eine lange Zeit bis zu seiner Enderfüllung. Denn zu der Zeit, wenn dies alles geschieht, wird das Heiligtum wieder geweiht und das kleine Horn wird ohne Hände zerbrochen werden. Dieses Gesicht reicht also zeitlich bis in die letzte Endzeit und bis zur Wiederkunft Jesu Christi, ohne dass Rom hierin auch nur eine Rolle spielt. Im Gegenteil, es wird in Daniel eine Wiederholung Griechenlands vorhergesagt. So steht in Daniel 8 Vers 22 folgende, dass aber vier an seiner, also an Alexanders des großen Stadt standen, da es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus dem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig, wie er war. Das sind die Diadochen. Dann Vers 23, In der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und tückischer König. Aus Daniel 8 und insbesondere auch aus Daniel 11, wie wir noch sehen werden, kann eindeutig geschlossen werden, dass der Endzeitkönig, der Antichrist, ein Neo-Seloikide sein wird und eben kein Römer. Man müsste Rom geradezu in den Text hineinzwängen, wollte man den Text in Richtung Rom und Europa deuten. Kapitel 9.6 Die Auslegung auf Rom ist falsch Der Grund und gleichzeitige Fehler, warum man überhaupt auf die Idee kommt, Rom für die beiden Beine einzusetzen, ist der, dass man nicht mehr dem Text des Propheten Daniel, sondern in unzulässiger Weise der Tradition folgt. Man argumentiert hier, dass es zur Zeit des Apostels Johannes als dem Autor der Offenbarung im ersten Jahrhundert nach Christus eindeutig gewesen wäre, dass mit den beiden Beinen Ost und Westrum gemeint sei. Diese Begründung stammt aber ebenfalls nicht aus der Bibel oder aus Daniel, sondern ist lediglich Überlieferung. Das ist ein nicht zu unterschätzender Schwachpunkt in der Argumentation der Ausleger. Ich möchte noch weiter gehen. Diese Art der Auslegung oder eigentlich der Spekulation über prophetische Aussagen schadet der Bibel, weil sie sich auf außerbiblische Quellen gründet, zu vielen unbiblischen Schlussfolgerungen und falschen Ergebnissen führt und ständig nachgebessert werden musste und muss. Die Fehlinterpretation und mehr als Interpretation ist es nicht, auf Rom oder das Römische Reich ist für die Auslegung Daniels fatal und ein in seiner Tragweite auch für die Auslegung anderer Bibeltexte nicht zu unterschätzender Fehler. Wenden wir uns also jetzt von Rom ab und den Diadochen zu. Wer genau waren die Diadochen? Woher stammten sie und was ist aus ihnen geworden? Gibt es vielleicht weitere Hinweise auf sie im Standbild, die bislang unberücksichtigt geblieben sind? Gibt es vielleicht auf sie im Standbild, die bislang unberücksichtigt und die bislang unberücksichtigt und die bislang unberücksichtigt und die bislang unberücksichtigt leaning ein tonel auf sie im Standbild. Vielen Dank.